1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Ihr Lieben, ich grüße euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine halbe Stunde sind wir hier im Radio unter uns und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Heute ein bisschen später wegen verschiedener Sondersendungen im WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt in der Zwickmühle. Und ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr in einer Zwickmühle vielleicht im Moment seid. Also in einer Situation, wo ihr sagt, wie ich es auch mache, wie man es macht, man macht es falsch. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr weiter, aber es muss irgendwie weitergehen. Also wenn ihr mir von einer solchen Situation erzählen wollt und ihr Lust darauf habt, dass wir gemeinsam vielleicht beraten, was man tun könnte, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder mailen domian at wdr.de. Und wenn ihr mailt oder faxt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. So, jetzt geht es los mit Bianca. Und Bianca ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bianca. Zwickmühle. Genau. Und zwar habe ich meinen neuen Freund vor ungefähr zwei Monaten kennengelernt. Habe wegen ihm eine dreijährige Beziehung aufgegeben. Und bin von heute auf morgen 600 Kilometer von zu Hause weggezogen. Ach du lieber Himmel. Von heute auf morgen? Ja, so ungefähr. Also nach zweieinhalb Wochen. Nach zweieinhalb Wochen. So weit weggezogen gleich? Ja. Um bei ihm zu sein? Von Nordrhein-Westfalen nach Bayern. Um bei ihm zu sein? Genau. Was hast du aufgegeben? Job, Wohnung? Ja, Familie, Freunde, Job, Berufsschule. Ja? Warst du in der Ausbildung? Nein, das war ein Kurs, um mich auf die Suche für eine Lehrstelle besser vorzubereiten. Ach so, verstehe. Ja, und jetzt sitze ich halt hier. In Bayern? Er ist bei der Bundeswehr. Vom Montag bis Freitag. Heißt, ich sehe ihn nur Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Ich bin hier total alleine, kenne hier keinen einzigen Menschen. Ja. Habe Stress mit sämtlichen Ämtern, Schulamt, Sozialamt, Arbeitsamt, was weiß ich nicht alles. Ja. Und mir kommen so stark die Zweifel immer hoch, ob ich nicht vielleicht doch wieder nach Hause gehen soll. Jetzt erklär mir doch mal bitte, warum du in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach zwei Wochen des Kennens, zwei Wochen des Kennens nur, das gemacht hast. Weil ich diesen Mann liebe. Ich meine, ich bin erst 18, hört sich von mir vielleicht ein bisschen komisch an. Nö, hört sich nicht komisch an. Aber man kann ja auch jemanden lieben, auch auf einer Distanz. Vor allen Dingen, wenn man sich sowieso die ganze Woche nicht sieht. Ja, aber ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Ja. Wo ist er denn stationiert? In Brandenburg. Ach, in Brandenburg. Das heißt... Brandenburg. Ach, Brandenburg. Ist das in Bayern? Genau. Ah ja. Ist ziemlich nah an Österreich dran. Ja. Und dann ist er halt stationiert und möchte sich jetzt gerne auch weiter verpflichten. Das wusste ich auch. Mhm. Nur, ich habe mir das halt dadurch, dass ich vorher in einer langen Beziehung war und sie gescheitert ist daran, dass wir uns so oft gesehen haben, habe ich mir das halt besser vorgestellt, wenn man sich halt nicht so oft sieht. Ja, aber du bist da runtergezogen, damit du ihn wieder oft siehst. Ja, halt am Wochenende. Das war mir halt klar. Ja, aber am Wochenende könntest du ihn ja auch in Nordrhein-Westfalen sehen. Das ist finanziell einfach nicht machbar. Von beiden Seiten auf nicht. Mhm. Ja, es gibt doch so viele Möglichkeiten, billig durch die Republik irgendwie zu kommen. Aber das tun wir mal zur Seite jetzt erst mal. Wie ist denn die Beziehung zur Zeit zwischen dir und deinem neuen Freund? Leidet die Beziehung auch unter deiner Unzufriedenheit? Ähm, also unter der Woche schon, ganz ehrlich. Also, ähm, er fragt halt nicht, wie es mir geht. Oder, ähm, er redet ziemlich viel über dich. Und... Du wohnst mit ihm in einer Wohnung zusammen? Genau. Die habt ihr euch extra gemietet oder bist du zu ihm gezogen? Nein, die hatte er vorher schon. Ah ja. Das ist ungefähr 30 Quadratmeter Studentenbude, so ungefähr. Ja, ähm, und du hast vorher noch bei deinen Eltern gewohnt? Genau. Ja, und könntest rein theoretisch da auch wieder zurück? Genau. Die sind nicht sauer und sagen, nicht hier... Nein, die haben ja wirklich alle Tore geöffnet und die unterstützen mich auch wirklich, wo es geht halt. Wenn ich was mich erledigen kann, machen die das. Ja, äh, du hängst die Woche über die ganzen Tage so rum? Genau, ja, was heißt nur rumhängen? Ich versuche halt die ganze Zeit irgendwelche Teilzeitjobs zu finden, eine Lehrstelle zu finden, ähm, ich versuche halt das Beste draus zu machen, die ganzen Amtsgänge müssen erledigt werden, Anmeldung, Ummeldung, was... Fühlst du dich denn da unten, wo du jetzt bist in Bayern, äh, so von, 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 von der Landschaft, von, von der Mentalität der Leute, fühlst du dich da wohl? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist super schön. Ich weiß nicht, es kann ja auch sein, dass ich einfach zu viel Zeit habe, darüber nachzudenken. Mhm. Aber das frisst mich im Moment wirklich auf. Wenn ihr am Wochenende dann zusammen seid, hängt da eigentlich immer mittlerweile schon eine dunkle Wolke über euch? Nein, also, ähm, er gibt sich wirklich Mühe, mir hier eine schöne Zeit zu machen, wenn er da ist. Ja. Wir gehen weg, klar, er hat nach wie vor seine Hobbys, Fußball, Daten, sein, sein bester Kumpel, klar, er hat halt nur zwei Tage. Er hat nur zwei Tage? Und nur so halt sehen, wie er das geteilt kriegt, aber es ist seine, aber es ist seine, aber es ist eben seine Heimat und er kennt alles da unten, ne? Nein, er ist auch erst vor fünf Jahren hier. Ach so, ach so, woher kommt er? Auch aus derselben Ecke, der war in Urlaub vor zwei Monaten bei uns zu Hause. Ja, ach so. Da in der Nähe und da habe ich einen Halbchen gesehen. Mhm, mhm. Warst du hier auch schon auf der Suche nach einer Lehrstelle? Ja, also ich suche seit zwei Jahren, jetzt geht es ins dritte Jahr. Bist du ganz freiwillig nach Bayern gezogen oder hat er gesagt hier, hat er eher das so ein bisschen, hat er so ein bisschen Druck gemacht? Nein, 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 überhaupt nicht. Also freiwillig? Also er hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hat gesagt, oder ich weiß nicht, er hat es gesagt, es kam aber auch von meiner Seite aus. Einfach weil ich mich nicht in der Lage dazu fühle, so ihn nur, was weiß ich, wie oft im Jahr zu sehen. Das kann ich einfach nicht. Aber die Situation ist halt so, dass du dich im Moment schon sehr unwohl fühlst und eigentlich unglücklich bist. Ja. Ja, das ist ein klares Ja, ne? Ja. Ich habe gerade so gedacht, vielleicht ist es ganz gut und eine gute Fügung, dass du noch keine Lehrstelle in Bayern gefunden hast. Mhm. Weil jetzt kann man ja alles noch rückgängig machen. Mhm. Es sind ja erst ein paar Wochen quasi, wo du da wohnst. Und das könnte man abbuchen unter der Rubrik, ich habe es versucht, aber das geht jetzt noch nicht oder im Moment geht das nicht. Vielleicht irgendwie anders, später in anderen Konstellationen, aber im Moment geht es nicht. Fände ich ehrlich gesagt aber auch gar nicht so schlimm, wenn man sich so unwohl fühlt und ihr euch sowieso die ganze Woche über nicht sehen könnt, was ja auch absurd eigentlich ist, ihr seid ja doch getrennt die ganze Woche über, würden eigentlich alle Zeichen dahingehend sprechen, doch wieder nach Hause zurückzukommen, finde ich. Ja. Was sagt er denn dazu? Was sagt denn dein Freund dazu? Also ich weiß nicht, ob er mich in der Sache nicht ernst nimmt oder auf jeden Fall kommt es teilweise so rüber. Wenn ich halt traurig darüber bin, dass ich ihn nicht sehen kann, dann kommen halt so Sprüche wie, naja, kann man halt im Moment nichts dran ändern. Ja, und hast du ihm auch gesagt, dass du irgendwie auch Heimweh hast oder eigentlich... Ja, klar. Und was sagt er dazu? Ja, er sagt da nicht wirklich viel zu. Er sagt, das legt sich mit der Zeit. Ich meine, das legt sich auch bestimmt mit der Zeit, aber ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Also er sagt nicht zu dir, okay, Bianca, pass auf, wir machen das doch anders, zieh mal erst wieder zurück und wir kriegen das schon geregelt. Dann sehen wir uns halt jedes Wochenende, vielleicht jedes zweite Wochenende irgendwie. Das sagt er nicht. Das geht nicht, weil er für mich halt mindestens genauso viel empfindet. Und wir können es beide nicht vereinbaren, irgendwie da noch mehr Abstriche zu machen. Gut. Und da haben wir jetzt die Zwickenmühle, ne? Genau. Ja. Wenn ich wieder nach Hause gehe, setze ich die Beziehung zu ihm aufs Spiel. Wenn ich hier unten bleibe, weiß ich nicht, wie lange es gut geht. Eben. Also sprich, egal wie, die Beziehung könnte auf jeden Fall darunter leiden. Ja. Also ich habe ja die These, wenn die Beziehung anfängt, gute Fundamente zu kriegen, das ist ja bei euch noch relativ frisch, muss man ja vorsichtig ausdrücken, glaube ich ja, dass man für eine gute Zeit eine Distanz aushalten kann, eine räumliche Distanz, dass das die Liebe nicht kaputt macht. Mhm. Die Gefahr im Moment, dass ihr euch aber einfach da vielleicht auch irgendwie zermürbt gegenseitig oder dass deine grundsätzlich schlechte Stimmung die Beziehung vielleicht auch sehr gefährdet, die halte ich für sehr groß, nach dem, was du gerade erzählt hast. So, das ist meine Tendenz. Eigentlich muss ich ja sagen, eigentlich von Anfang an schon, als du angefangen hast zu erzählen, dahin ging, geh zurück, Bianca. Mhm. Geh zurück. Das war jetzt ein Experiment. Vielleicht kannst du es in einem Jahr wiederholen. Vielleicht kannst du es wiederholen, wenn du die Leere aus hast. Ja, aber das Problem ist auch einfach, dass ich irgendwo Angst habe, jetzt als, ich weiß nicht, Verlierer, Versager, wie auch immer da zu stehen. Quatsch. Ich finde das schon mal sehr mutig, sowas gemacht zu haben, wenn auch vielleicht ein bisschen unbesonnen, aber es ist mutig. Das Leben besteht auch daraus, dass man einfach probiert. Und das eine klappt, das andere klappt nicht. Die Leute, die nicht probieren, sind langweilig. Und du bist nicht langweilig. Du hast eine Sache schon mal in deinen jungen Jahren schon mal einen dollen Schritt gemacht. Gut, und wenn das jetzt erstmal nicht der Fall ist, dann muss man halt einen anderen Schritt gehen und in eine andere Richtung. Und ihr werdet auch irgendwelche Möglichkeiten finden, euch sehr oft zu besuchen, Mensch. Ja, das ist sehr. Es gibt Mitfahrzentralen. Es gibt mittlerweile super billige Flüge von München hier nach Nordrhein-Westfalen. So billig, dass man nicht Bahn fahren kann. Also irgendwelche Tricks muss es da doch geben. Ja, aber ich meine, es besteht ja auch, er braucht halt nur diesen fahrbaren Untersatz. Er hat zum Beispiel einen Roller vor der Tür stehen. Wenn der repariert ist, kommt er jeden Tag nach Hause. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, wie ich dich so verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, dass er nicht in der Woche da ist, sondern dass du generell Probleme hast mit dem da unten Leben. Ja, aber wenn er da ist, er hilft mir. Er zeigt mir Sachen. Er ist einfach für mich da. Und dieses Gefühl fehlt mir einfach unter der Woche. Wann ist denn der Roller repariert? Gute Frage. Also kommendes Wochenende geht das wahrscheinlich zur Reparatur, sprich in ein, zwei Wochen. Gut. Also ich habe jetzt eine Kompromissidee. Jetzt hast du es ein paar Wochen ausgehalten und es ist alles sehr schwierig. Ich schlage jetzt vor, gib dir mal noch zwei Monate. Das muss ja möglich sein. So, und wenn, sagen wir mal, Ende, was haben wir jetzt so, Ende August, Mitte September, wenn bis dahin deine Gefühlssituation nach wie vor doch sehr, eher so in die Negativrichtung geht, dann bricht die ganze Sache ab. Das hat mein Vater auch gesagt. Hat er auch gesagt, ja siehst du. Ja, er hat gesagt, also wir kommen dich jederzeit wieder zurückholen, aber kämpf erst mal. So, gutes Wort. In dem Sinne würde ich jetzt auch das Gespräch mit dir beenden, Bianca. Halt es noch ein paar Wochen aus, acht Wochen. Und dann finde ich es keine Schande, wenn man dann sagt, nee, ist nicht mein Ding. Und dann, es war halt ein Versuch wert. Okay? Danke dir. Alles Gute, Bianca. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt In der Zwickmühle. Und ich möchte mich gerne dementsprechend mit euch unterhalten. Wenn ihr zurzeit in einer Zwickmühle seid, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder faxt mir 0800 220 50 51. Und jetzt ist die Christiane am Telefon. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Christiane. Ja, wie sieht deine Zwickmühle aus? Ja, meine Zwickmühle sieht eigentlich so aus. Es war geplant, dass ich den Ex meiner Freundin verarsche. Den Ex deiner Freundin? Genau. Das war, sie waren zusammen gewesen bis vor circa acht Wochen, waren ungefähr neun Monate zusammen und da ist wohl einiges schief gelaufen in der Beziehung und angefangen hatte das halt, weil ich momentan solo bin, ja, das wäre dein Typ und guck ihn dir mal an und dann können wir ihn ja mal verarschen, damit er weiß, wie es ist, verarscht zu werden. Ja, ich habe ihm dann auch eine SMS am Samstag geschrieben und er hatte sich dann auch gemeldet und wie ich an seine Nummer komme, ich hatte ihm dann gesagt, das ist irrtümlicherweise passiert, ich habe Brutalen vertauscht. Ja, und dann haben wir uns halt getroffen. Ja, das war mit meiner Freundin halt alles abgesprochen, die hat mir auch gesagt, dass mich ungefähr erwartet. Ja, und wir sind dann zu ihm nach Hause gefahren, da war eine Familienfeier, sind dann auch relativ schnell im Bett gelandet. Mein Problem ist halt momentan, ich glaube, ich habe mich ziemlich doll in ihn verliebt und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ob ich es ihm sagen soll, wie ich es ihm sagen soll, wann ich es ihm sagen soll. Das ist halt jetzt so mein Problem. Ja, warum ist es sein Problem, es ihm zu sagen? Er ist also schon misstrauisch gewesen mit der SMS, also er hatte mir direkt auf den Kopf zugesagt, dass er dachte von wegen, dass ich irgendeine Freundin von irgendeinem Bekannten bin, ich habe ihm den Wind ziemlich schnell aus dem Segel genommen und je nachdem, was ich jetzt sage, mache und tue, ist ja schon misstrauisch und ich denke mir mal, wenn ich eine Beziehung mit ihm aufbauen möchte, sollte ich schon ehrlich zu ihm sein. Ich fühle mich da irgendwie schon ziemlich scheiße. Christiane? Hallo Christiane? Ist Christiane weg? Das ist aber schade, wir versuchen sie immer nochmal neu zu bekommen. Dann begrüße ich ganz herzlich, wir machen mal eben ein paar Takte Musik. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich hatte Sorge, dass wir einen technischen Defekt hier haben, haben wir aber nicht, Gott sei Dank. Alles im grünen Bereich. Und ich bin jetzt verbunden mit der Katrin und Katrin ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo du. Hallo Katrin, auch in der Zwickmühle. Ja, ganz gewaltig. Inwiefern? Ich bin in einer Beziehung. Ja. Wohne aber von meinem Freund getrennt. Ja. Aber erst seit März. Also wir sind seit zwei Jahren zusammen. Ja. Haben auch ein gemeinsames Kind. Ach so, habt ihr früher zusammen gewohnt? Ja, wir haben früher zusammen gewohnt, genau. Hat uns aber dann gestritten und da habe ich gesagt, ich nehme mir eine eigene Wohnung. Ja. In der Hoffnung, es wird besser. Ja. Und ist aber nicht besser geworden und mittlerweile habe ich jetzt so eine Affäre mit einem Postboden. Ehrlich? So richtig klassisch mit einem Postboden? Ja, nicht direkt Postboden, sondern Paketdienst. Wie, der hat dir dann ein Paket geschickt und du hast ihn im Negligee empfangen und ihn verführt, oder wie? Nee, ich bin so schlimm auch nicht. Also ich komme ursprünglich aus Dresden. Ja, macht man das da so, oder wie? Nee, ich bin dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen und meine Mutter aus Dresden, die schickt den Kindern nun oft Päckchen. Ach so, ach so. Und daher kam er dann oft zu mir und dann auch so, wenn ich zum Kindergarten musste, da haben wir uns oft auf der Straße getroffen. Verstehe, verstehe. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass man zusammen gesprochen hat und dann hat sich dann immer mehr draus ergeben. Ja. Und jetzt würdest du sagen, bist du verliebt in ihn oder so sehr noch nicht? Er auch sehr, aber er ist verheiratet und vor kurzem erst Papa geworden. Ach du lieber Himmel. Also er ist verliebt und du bist letztendlich auch verliebt. Ja. So. Und das Gefühl zu deinem Freund? Das ist total auf Eis gelegt. Auf Eis oder ist es total kaputt? Eigentlich total kaputt. Er ist schon an, ne? Es ist mehr ein Dulden, mehr eine Freundschaft als eine Beziehung eigentlich. Auf Eis gelegt klingt noch ein bisschen positiver, als wenn man sagt, es ist total kaputt. Ja, wir können jetzt ordentlich miteinander umgehen, aber so, dass, was weiß ich, dass mal ein Kuss ist oder sexuell was ist, läuft absolut nichts mehr. Was war denn so der Knackpunkt, weswegen ihr euch auseinandergelebt habt oder gestritten habt? Ich denke, es haben vieles überstürzt. Also wir haben uns kennengelernt. Ich bin sofort von Dresden dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Das ist ja eine weite Strecke. So etwas Ähnliches habe ich gerade schon gehört. Ja, dann kam das Kind auch ganz schnell, das hat zwar gewollt, aber halt alles unüberlegt. Das war in diesem Verliebtsein alles. Ja, ja. Und sein Leben war nur aus Lügen gestaltet und ich habe das erst nicht gemerkt. Ich habe ihm alles geklaut, bis es dann mal rauskam, wie ich seine Mutter dann kennengelernt hatte. Und dann kam das irgendwie alles raus, dass das doch alles Lügen sind, was er mir erzählt hat. Und dann habe ich bestimmt ein Jahr lang versucht, die Beziehung zu retten, weil ja das Kind auch unterwegs war. Es hat ja dann auch kurze Zeit geklappt, aber dann ging das immer wieder mit diesen Lügen halt weiter. Und dass er nicht arbeiten ging und sowas. Also im Prinzip kann man ja sagen, dass es im Prinzip so ganz gut gelaufen ist. Ihr habt euch getrennt, aus der Wohnung zumindest, räumlich getrennt. Das ist die Wohnung. Und du hast dich jetzt neu verliebt. Wo ist jetzt da die Zückenmühle? Dass der Postmann seine Familie auf gar keinen Fall aufgibt. Ach so. Ach so, das gibt es gar nicht. Und er hat auch abgöttisch verliebt. Und wir treffen uns dann immer heimlich, wenn er bei uns im Bezirk so die Päckchen aufteilt. Er kam da bestimmt so fünf, sechs Mal vorbei, obwohl er ja gar nichts zu tun hat. Also es geht jetzt gar nicht so um deinen inneren Gefühlskonflikt. Für dich ist die Sache mit dem Freund eigentlich abgehakt. Ja, das ist eigentlich... Und du könntest dich auf die Beziehung einlassen? Ja. Auf eine neue? Genau. Würdest du machen? Aber er ist sich da nicht so klar. Ja, der ist sich überhaupt nicht klar. Er hat jetzt mal zu mir gesagt, ich glaube bis dann oder vorgestern war das, wenn es wenigstens nur rein sexuell wäre, weil da sind zu viele Gefühle bei ihm. Und er wusste sich dann auch nicht, wie soll man das auffassen. Und ich sage mir umsonst, wenn es für ein Mann nur rein sexuell ist, glaube ich nicht, dass er fünf, sechs Mal am Tag vorbeikommt und zehnmal anruft. Kurz bevor er zu Hause ist, ruft er nochmal an. Das kommt natürlich auf an, wie stark das sexuelle Interesse ist. Aber nein. Ja, okay, wir hatten zusammen schon was. Am Samstag hatte er von der Post aus eine Party gehabt. Ja. Und ich dann statt heim zu mir gekommen ist. Ach so, erst einmal hattet ihr was. Genau. Und wollten uns jetzt am Donnerstag wieder treffen. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder ob ich das nicht machen soll. Ja, verstehe. Verstehe. Wie lange insgesamt läuft das jetzt so mit dem Postmann? Also ganz intensiv mit Verliebtsein erst seit einer Woche. Ach, das ist ja noch ganz frisch. Ja. Aber es ist natürlich klug, jetzt darüber zu sprechen, weil man vielleicht jetzt noch... Wenn es zu spät ist. Ja, genau. Weil man jetzt noch die Notbremse ziehen kann, ehe du dich ja richtig rein... Hat er denn schon mal was erzählt über die Beziehung zu seiner Partnerin? Wie das so läuft zwischen denen? Nee, halt gar nichts weiter. Gar nichts weiter. Ich meine, nach einer Woche kann man auch nicht sagen, hier, ich will meine Partnerin verlassen. Da ist gerade Papa geworden. Ja, aber das ist halt ein doofes Gefühl, wenn du dann so da sitzt und denkst, boah, er sitzt jetzt bei der Frau. Jetzt schon ist es für dich ein doofes Gefühl. Ja, es ist verdammt doch, weil es ist... Ich weiß nicht, ich hatte bis jetzt in Beziehungen immer irgendwie die Arschkappe gehabt. Und das ist so der Traummann halt. Also wir sind beide völlig gleich. Der eine denkt was, der andere spricht es in dem Moment aus. Wie lange ist er denn mit seiner Partnerin zusammen schon? Also verheiratet ist er, glaube ich, sechs Jahre. Entweder sechs Jahre verheiratet oder sechs Jahre zusammen. Wie alt ist er? 32. 32. Das ist natürlich ganz schwierig jetzt, Mensch. Ganz schwierig. Weil es auch noch so ganz frisch ist. Ja, eben. Einerseits hast du das tolle Gefühl. Also ob ich jetzt einen Stoppstrich ziehe, ist ganz wehtut. Ja. Und sag, okay, halt, weil... Andererseits denkt man natürlich dann auch, könnte man hinterher vielleicht auch denken, Mensch, was habe ich mir da entgehen lassen? Ja, genau. Da kommt nun schon endlich mal ein toller Typ, in den ich mich spontan verliebe, oder relativ spontan, wo es rundherum gut ist. Schwierig, 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 schwierig. Sehr schwierig. Und ich denke dann aber manchmal auch so an die Frau, obwohl die mich ja eigentlich in dem Sinn nichts angeht. Ich bin ja verliebt, ne? Ich sage nur dann, ich weiß, wie es ist, mit Kindern alleine sitzen gelassen zu werden. Und irgendwo tut sie mir dann auch leid, weil ich absolut nicht der Typ bin, der... Das ist nett von dir, dass du so denkst und so empfindest. Aber ich glaube, das ist jetzt erst mal sein Problem. Ja. Ich glaube, jetzt solltest du dich vielleicht auch erst mal darum bemühen, und das tust du ja auch, zu entscheiden, was will ich und wie gehe ich weiter? Ja, ich weiß eigentlich für mich, ich will diesen Mann unbedingt, aber denk dann halt auch wieder anders an. Weitermachen, weitermachen. Weitermachen. Ja. Weitermachen. Das wäre ja schon fast heroisch, jetzt zu sagen, nein, ich gehe nicht. Das ist erst eine Woche. Wer weiß, wie es in vier Wochen, in zwei, drei Monaten aussieht. Ja. Aber auch so bin ich irgendwo für mich der Meinung, dass er vielleicht auf der einen Zeit auch nicht ganz glücklich sein muss in der Beziehung. Das glaube ich, ja. Ja, wir schreiben tagsüber immer SMS, wenn er gerade ein Stückchen weiter weg ist. Und jetzt mal sagt er auch zu mir, oh, wenn meine Frau die Rechnung sieht, und da sagt er ja, aber eigentlich egal, irgendwas fällt mir schon ein. Du musst dir nur im Klaren sein oder du musst jetzt schon ein Auge drauf haben, dass du für dich irgendwie eine Linie findest, wenn der, wenn sich das so einschleift, dass ihr nur so eine Affäre habt und er dich so nebenher hält, sage ich jetzt mal so, dass du dann irgendwann für dich sagst, nee, das will ich nicht und das kann ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass du das jetzt übers Herz bringen würdest, zu sagen, nee, komm, Schluss, aus. Ich höre ja, dass du sehr verliebt bist. Oh ja. Und sehr interessiert bist. Ja. Aber ich habe mir jetzt auch so immer meine Gedanken gemacht und habe eigentlich für mich, ich habe mir nicht viel vorzuwerfen, weil ich kann sagen, meine Beziehung ist kaputt, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Die Gedanken muss er sich irgendwo machen. Und ich finde auch, dass du ruhig mal ein bisschen fragen könntest, was ist denn da los, um auch noch ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Was ist da los in der Beziehung zwischen den beiden? Wie empfindet er das? Sind die glücklich? Also jetzt wäre das Einzige, was ich mir gesagt habe, wo er an dem Samstag bei mir war, dass an dem Sonntag er halt zu Hause war mit seiner Frau, aber in Gedanken halt nur bei mir war. Ja klar, das hört man natürlich dann erstmal gerne. Aber interessant wäre natürlich auch zu erfahren, wie war es in den letzten Jahren? Wie ist die Stimmung zwischen den beiden? War er ihr treu in den letzten Jahren? Oder gab es da schon mal andere Ausflüge zu anderen Frauen? Und so weiter. Ja. Ja, das stimmt. Also das kann man, finde ich, das kannst du fragen. Das ist völlig legitim. Ja. Die Aussagen darüber zu machen sind wirklich sehr schwierig, weil es so sehr frisch noch ist. Ja, eben. Und was für mich halt auch ganz neu ist so, dass er so auf meine Kinder auch eingeht, was mein Partner da nie gemacht hat, auch auf sein eigenes Kind nicht. Und das ist halt sehr... Das beeindruckt dann schon, ne? Ja. Wie war denn der Sex? Das, was die ganzen Jahre gefehlt hat, super, muss ich sagen. Wie war denn der Sex? Ganz super. Ganz super. Ja. Nach langer Zeit wahrscheinlich wieder. Genau. Ja. Also, Katrin, bleib dabei. Frag ihn, um für dich Informationen rauszukriegen. Und hab aber klar im Blick, dass du da nicht das fünfte Rad am Wagen wirst auf Dauer. Ja, das ist glaube ich. Das ist wichtig. Das macht einen das sonst so frustrierend. Alles. Danke. Alles Gute. Okay. Meine Liebe. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir gleich ein bisschen Musik, um auf die Fernsehzuschauer zu warten. Ich sag euch nochmal unsere Telefonnummer 0800 220 50 50, denn die Faxnummer 0800 220 50 51 oder ihr könnt auch mailen unter domian.atwdr.de. Und unser Thema heute Nacht heißt In der Zwickmühle. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer solchen Situation sind, dass sie sagen, Mensch, wie ich es mache, mache ich es falsch. Also wenn ihr mit mir reden wollt, ruft an und jetzt machen wir eine kleine Musikpause und warten auf die Fernsehzuschauer des WDR Fernsehs. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer solchen Situation sind, dass sie sagen, Mensch, wie ich es mache. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer solchen Situation sind, wie ich es mache. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer solchen Situation sind, wie ich es mache. So ihr lieben Fernsehzuschauer, jetzt begrüße ich euch auch ganz herzlich. Wir sind ziemlich spät dran im Fernsehen heute. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Hier im Radio haben wir schon angefangen. Trotzdem freue ich mich, dass ihr da seid. Unser Thema heute Nacht heißt In der Zwickmühle. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die das Gefühl haben, momentan in einer Zwickmühle zu leben, die das Gefühl haben, Mensch, wie ich es auch mache, was ich auch tue, ich mache es irgendwie falsch, aber irgendetwas muss geschehen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also wenn ihr in einer solchen Situation seid und vielleicht gerne mit mir beraten wollt, wie man da eventuell rauskommt, dann ruft an 0800 220 50 50 oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian.wdr.de. Nicole habe ich jetzt an der Strippe und Nicole ist 27 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Nicole. In der Zwickmühle. Warum? Ja, ich bin in der Zwickmühle. Also ich fange mal an zu erklären. Bitte. Ich bin seit sieben Jahren verheiratet und mein Mann stammt aus dem Kosovo. Ja. Und er hat hier in Deutschland, trotz dessen, dass wir so lange verheiratet sind, noch keinen ganz festen Aufenthalt. Mhm. Und wir können immer nicht so richtig in Urlaub fahren. Und das war der Ursprungsgedanke, warum wir vor zwei Jahren mehr aus Jux und Dollerei bei der Greencard-Verlosung mitgemacht haben. Für Amerika? Für Amerika, ja. Ja. Und wir haben da auch gewonnen. Und jetzt haben wir unsere Greencard. Ja. Ja, aber so, ey, ist es ja nicht. Das ist ja meine Zwickmühle. Ja, das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich jetzt die Finger danach belecken würden. Lass mich, bevor du weiter erklärst, mal kurz einhaken und fragen. Ihr seid verheiratet so lange und trotzdem hat er keine richtige Aufenthaltsgenehmigung hier in Deutschland? Nein, das liegt daran, dass er zwischendrin mal ohne Führerschein gefahren ist. Ach so. Und da verlängert sich das Ganze, bis das wieder abgelaufen ist. Wie dumm von ihm, Mensch. Wie dumm, ja. Mann. Na gut, jetzt habe ich das verstanden, warum das so ist. Ihr könnt nach Amerika. Die Greencard liegt auf dem Tisch. Genau. Für beide. Für beide. Wir könnten sofort nach Amerika. Und mein Mann möchte auch nach Amerika, weil wir da für 14 Tage im Urlaub in Florida waren und ihm hat es da gefallen. Ja, aber das Leben ist natürlich nicht so wie in Florida Urlaub machen, ne? Ja, das weiß er. Ist schon klar, ne? Das denke ich, weiß er auch. Aber wie gesagt, ich mag gar nicht da hin, weil ich habe hier irgendwo meine Bindung. Ich habe meine Eltern hier. Ich bin ein Einzelkind und auch das einzige Enkelkind und irgendwie doch eine Beziehung zu Deutschland, was er ja nur weniger hat. Ja, ja. Also ist es für dich überhaupt gar kein Thema? Nicht nur ein bisschen Thema vielleicht? Ist es gar kein Thema für dich? Eigentlich möchtest du, wenn du frei entscheiden könntest, was seine Person anbelangt, würdest du sagen, niemals. Ist es so? Kann man so klar und krass sagen? Also ich für mich würde das nicht machen, nein. Nein. Aber natürlich, er möchte das. Und wenn er mir zuliebe hier bleibt, weil er mich ja nicht verlieren möchte, dann leidet er. Und er ist da, wie gesagt, und gehe ich mit, leide ich. Also das ist die Zwickmühle. Das ist die Zwickmühle. Leidet er denn sehr, hier zu sein? Ja, also wie gesagt, er sieht diese Chance, die er dort hat. Und er sagt, das könnte alles... Welche Chance hat er denn da? Ja, er denkt eben, dass er da eine hat. Er sagt... Genau, aber das muss er erst mal richtig erklären. Also das Leben ist ja... Man geht ja nicht in Amerika und wird direkt Millionär. Das ist ja knallhacht da, das Leben. Nee, nee, das nicht. Es ist unter Umständen viel härter als hier. Man ist weniger sozial aufgefangen, als man es in Deutschland ist. Was stellt er sich denn vor? Was will er denn gerne machen? Ja, also er ist sehr geschäftstüchtig und er meint, wenn er dort hingeht mit der richtigen Idee, dann kann er dort leichter irgendwie ein Geschäft aufbauen oder sich leichter irgendwie was aufbauen als hier in Deutschland. Hat er denn hier auch schon mal versucht, eine Idee zu realisieren? Ja, also wir sind ja beide selbstständig. Insofern kennen wir das schon, was aufzubauen und auch Geschäfte zu betreiben. Aber er sagt, ja, in Amerika wäre das für ihn einfacher und er sieht das als seine Chance. Was macht ihr selbstständig, wenn ich fragen darf? Wir machen im Baugeschäft. Im Baugeschäft? Ja. Naja, das ist ja auch schon nicht schlecht, sage ich mal so, ohne jetzt genau zu wissen, was er da macht. Ja, nee, schlecht ist es nicht. Sind das nicht so Sprüche und sind das Klischees oder ist es wirklich so, dass es einfacher ist, beispielsweise auch in diesem Bereich in Amerika Fuß zu fassen? Habt ihr das noch richtig rausbekommen? Habt ihr das recherchiert? Wart ihr vor Ort? Habt ihr euch erkundigt? Ja, also als wir da zum Urlaub waren, da waren wir bei einer deutschen Familie und... Aber zwei Wochen Urlaub, da kann man doch nichts draus schließen, Mensch. Ja, aber es kamen dann so viele Ideen auf, wo er gesagt hat, ja, dann machen wir einen Bäcker, die haben keine Semmeln oder dann machen wir dieses oder dann machen wir jenes. Und er ist da leicht zu begeistern und er sagt, wenn ich das will, kann ich das, sagt er. Ja, na gut, wenn er so von sich überzeugt ist, dann kann er auch sagen, wenn ich das will, dann kann ich auch in Deutschland hier weiter alles aufbauen und großen Erfolg haben. Also, was mich an dieser Geschichte jetzt erstmal sehr stutzig macht und auch etwas stört, ist, dass aufgrund eines zweiwöchigen Florida-Urlaubs jetzt solche Spekulationen in den Himmel wachsen und solche Fantasien. Ich finde, wenn man so einen Schritt vorhat, dann sollte man sich erstmal mehrere Wochen in Amerika auffalten, als Urlaub in Anführungszeichen und sich mal richtig schlau machen. Wie sind die Gegebenheiten? Wie sind die bürokratischen Hindernisse? Welche Komplikationen gibt es, dass man sich mit anderen Leuten unterhält, die das schon mal gemacht haben? Einfach mal so richtig recherchieren und sich schlau machen. Ich finde, das ist die wichtigste Voraussetzung und dann sollte man entscheiden, ob man das will. Und dann kommt die emotionale Ebene immer noch dazu, von der du am Anfang gesprochen hast, dass du es eigentlich gar nicht willst. Ja, ich sehe das ja auch so. So klingt das ein bisschen naiv. Ja, er ist da eben schneller dabei und er ist da, wie gesagt, er ist da nicht so gewunden. Er nimmt seinen Koffer und geht. Also, ihn stört das nicht. Also, unter diesen Umständen so würde ich das auch an deiner Stelle nicht machen, Nicole. Das wäre mir zu windig. Das ist so eine windige Idee irgendwie. Das ist mir nicht solide genug. Wenn das ordentlich, ich sage, wenn das ordentlich vorbereitet wäre oder zumindest recherchiert wäre, dass man das und was machen kann unter den und den Bedingungen und mit den und den Problemen, dann kann man ja nochmal reden. Aber einmal rein pragmatisch gesehen ist es mir zu windig. So, das ist schon mal eine klare Aussage von meiner Seite aus. Die andere Geschichte ist jetzt die emotionale Seite. Du bist gebunden ans Land. Das ist deine Heimat hier in Deutschland. Ja, sicher. Du bist Einzelkind. Deine Eltern sind hier. Dein Oma und Opa sind hier. Das würde ich auch so leichtfertig nicht wegschmeißen wollen. Hat er denn noch Verwandte in Kosovo? Ja, seine Mutter lebt noch, ein paar Geschwister, aber die Bindung ist nicht so eng, dass er jetzt... Achso. Weil ich gerade sagen wollte, Kosovo in Deutschland ist ja nun auch ein Katzensprung letztendlich gegenüber Amerika, Kosovo. Ja, aber wie gesagt, die Windungen für ihn sind so gut wie nicht vorhanden. Also Ihnen macht das nichts aus. Ihnen macht das nichts aus? Nein. Aber dir macht das unglaublich viel aus? Mir macht das was aus. Deswegen ist es ja die Zwickmühle. Wie gesagt, einer von uns beiden leidet irgendwie immer. Ja, aber darauf wollte ich ja gerade hinaus. Wie groß ist sein Leidensdruck, wenn er in Deutschland bleibt? Entspricht das dem Leidensdruck, den du hast, wenn du nach Amerika gehst? Mir klingt das fast so, als wäre dein Leidensdruck größer. Ja, aus meiner Worte auf jeden Fall. Und er sagt dann aber, ich habe bloß ein Leben und dann habe ich jetzt vielleicht die Chancen und dann schmeiße ich sie weg. So sieht er das eben. Ja, aber jetzt reden wir im Kreis. Wir wissen ja noch gar nicht, ob er die Chancen hat. Ja, natürlich weiß er das nicht. Aber wie gesagt, er ist eben davon überzeugt, dass er so irgendwo... So, Vorschlag, Kompromissvorschlag. Wie wäre es denn mit einem nochmaligen Aufenthalt in Amerika in der nächsten Zeit? Eben nicht toll Florida, Meer und Sonne und so, sondern mal so richtig einen Arbeitsurlaub machen. Mal Kontakt aufnehmen mit Leuten, die ausgewandert sind. Da gibt es sicher im Internet Foren, wo man sich schlau machen kann. Und mal die Leute aufsuchen, sich zu erkundigen, welche administrativen Hürden es gibt und so weiter. Einfach mal so einen soliden Rechercheurlaub machen. Was hältst du davon? Ja, da denke ich, ist ein guter Vorschlag. Ja, und dann kannst du nämlich eventuell... Hast du vielleicht für deine Warte auch noch mehr Argumente hinterher zu sagen, nee, pass auf, das riskieren wir nicht. Dann setzt man vielleicht das ganze Geld rein und ich bin unglücklich dabei. Das möchte ich nicht in die Waagschale werfen. Wäre das was? Das werden wir machen. Das wäre eine Idee, ne? No. Ich hoffe, dass ihr dann schlauer werdet und dass ihr für euch beide die richtige Entscheidung trefft, Nicole. Das hoffe ich auch. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch ein bisschen was sagen, informieren. Morgen sind wir leider nicht im Fernsehen, gar nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Aber übermorgen sind wir im Fernsehen und dafür dann auch schon sehr schön früh, nämlich um Viertel vor zwölf im WDR Fernsehen nach der Sendung Kanzler Bungalow. Und ihr könnt ab Viertel vor elf schon anrufen. Wir haben da eine freie Themennacht am Donnerstag im Gegensatz zu heute. Heute haben wir ein Thema und das Thema heißt In der Zwickmühle. In der Zwickmühle ist auch, vermute ich mal, sonst hätte er nicht angerufen, Tom. Und Tom ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Tom. Ja, erzähl mal, warum Zwickmühle? Ich stecke auch in einer Zwickmühle, da ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Vater. Ja. Aber mein Vater ist halt sehr gewalttätig zu meiner Mutter. Er schlägt sie erst da. Ja. Aber das auch jetzt seit zwei Jahren. Und ich habe ihm mit ihm versprochen, also ich verstehe mich jetzt, also mit ihm besser als mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter habe ich nicht so ein gutes Verhältnis. Mhm. Und ich habe herausgefunden, dass meine Mutter meinen Vater betrübt. Mhm. Und da er ist jetzt schon, also er ist mehr als gewalttätig jetzt schon, er greift sie auch schon mal mit einem Tacker oder mit einem Bügeleisen oder so an. Mit was? Mit einem Tacker? Ja, mit, ja. Was ist Tacker? So ein... So vom Büro. Achso, sowas. Ja. Und ich weiß nicht, wie er reagieren würde, wenn ich ihm das sagen würde, dann habe ich auch ein bisschen Angst in meiner Mutter. Mhm. Wieso hat sich das in den letzten zwei Jahren so ergeben, dass er so gewalttätig geworden ist, wenn es vorher nicht war? Warum, weißt du es? Ähm, mein Vater hat einen, also in unserer Stadt hat er einen angesehenen Gruf, er ist im Stadtrat. Mhm. Und meine Mutter hat seit zwei Jahren ein Problem, da ist ihre Schwester beim Unfall gestorben und seit, seitdem trinkt sie öfters. Achso. Das heißt öfter, sie trinkt eigentlich regelmäßig. Achso, da hat er Wut auf die Mutter, weil die ein schlechtes Licht gesellschaftlich auf ihn wirft. Richtig. Ja. Und vorher so, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, war das eine normale Familie? Ja, was heißt normal? Da gab es schon oft Streit. Aber warum ist denn so gewalttätig wie jetzt? Ja. Warum stehst du deinem Vater denn näher als deine Mutter? Ja, mein Vater, der war halt schon, seit ich klein bin, der war nicht so streng. Meine Mutter hat mir immer Regeln gesetzt. Mein Vater war dann mal ein bisschen lockerer und ich verstehe es auch nicht, dass er sie jetzt schlägt, aber ein bisschen kann ich nachvollziehen mit seinem Beruf, aber deswegen muss er sie nicht schlagen. Nee, das wollen wir mal nicht nachvollziehen können, ne? Nee, das... Wenn er den tollen Macker da in der Stadt darstellen will und deine Mutter hat einen Schicksalsschlag erlitten und verkraftet den nicht, da schlägt man nicht die Frau, weil es dann ja noch schlimmer wird. Ja, das... Da wird es ja noch schlimmer von, das ist ja keine Lösung des Problems. Ähm, bist du schon mal dabei gewesen, wenn er das macht? Ähm, ich kam einmal von der Party nach Hause und dann lag sie da auch auf der Treppe und hatte über blaue Flecke und Nasenbluten. Und er hat von oben die Treppe runter gebrüllt noch und dann bin ich auch schnell in mein Zimmer gegangen. Kriegst du denn da nicht Mitleid oder sogar doch wirklich dann Zorn auf deinen Vater und hältst du deiner Mutter? Ich weiß nicht, ja, natürlich bin ich zornig auf meinen Vater. Ich habe deswegen auch schon öfters mit ihm geredet, immer. Also er sagt auch immer, er lehrt auf damit, aber irgendwie wird das wirklich nichts. Ja, aber gut, zornig, aber regt sich denn dann nicht doch irgendwie so ein Gefühl, dass man der Mutter beistehen muss und dass man sagt, nee, hier, so weit und so weit, bis dahin und so weit nicht? Nun, wenn sie, so liegt es ja auch, dann, das ist ja, er schlägt sie ja nur, wenn sie betrunken nach Hause kommt. Da kann ich auch nicht damit, meine Mutter, ich habe schon erst das versucht, da kann ich auch nicht mit ihr reden. Das macht mir doch Angst, wenn sie betrunken ist. Ja, gut, aber du könntest... Und so, ich habe ehrlich gesagt, wir reden fast kein Wort miteinander. So am nächsten Tag, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht zu ihr hingehen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil es mir auch unangenehm ist, das Thema. Ja, ja. Sie ist jetzt so in diese seelische Situation gekommen durch den Tod der Verwandten, wie du gerade sagtest. Richtig. Vorher war alles normal? Ja, wie gesagt, die haben sich auch schon oft gestritten. Nee, nee, ich meine bei ihr, sie war vorher, hat sie keinen Alkohol getrunken? Naja, das war eigentlich da ganz normal. Wie erklärst du dir das? Hatte sie so eine enge Verbindung zu der Verstorbenen? Ja, da haben sie auch regelmäßig getroffen. So, jetzt hört sich das ja so an, als wäre deine Mutter... Mir tut deine Mutter leid, was du erzählst. Auch wenn dein Verhältnis zu ihr nicht gut ist, aber sie tut mir leid. Ja, natürlich tut sie mir auch leid, meine Mutter. Ja, klar. Sie hat da was erleiden müssen, was sie nicht verkraftet. Die Ehe... Vielleicht sind noch viele andere Sachen mit im Spiel. Also sie ist jetzt, du würdest sagen, sie ist im Moment Alkoholikerin, sie säuft viel. Ja. Ja. Arbeitet sie noch oder ist sie eigentlich immer zu Hause? Nee, sie ist Hausfrau. Sie ist Hausfrau. Trinkt viel und geht dann auch schon mal raus in Kneipen oder so? Ja, das regelt sich auch meistens so, dass sie morgens schon, wenn ich zur Schule gehe, dann kommt sie mir betrunken entgegen und... Ja. Keine Ahnung. Wie hast du das erfahren, dass sie einen Freund hat? Das habe ich erfahren, als ich einmal auf dem Stadtfest war und danach in einer Diskothek. Und da habe ich sie dann halt mit einem anderen Mann gesehen. Und das hat sie auch vorher schon... Da war sie öfters abends nicht zu Hause. Ach so, genau weißt du es nicht. Du hast sie dann nur irgendwie gesehen mit einem anderen Mann. Ja, der Mann hat schon gesehen, dass da was läuft. Ja, aber du weißt nicht, ob das dauerhaft ist oder ob das nur in der Situation war. Ja, das weißt du nicht ganz genau. Ja, sagen wir auch. Es könnte ja sein, dass sie deswegen quasi getrunken war. Ja, ja, ja. Ich würde gerne noch mal fragen, wenn dein Vater sie so schlägt, du hast gerade was gesagt von blauen Flecken und so weiter. War es auch schon mal so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste? Ja, das war einmal... Was hat er da gemacht? Da hat er sie so doll geschlagen, dass sie halt ins Krankenhaus musste. Ja, wie hat er sie geschlagen? Und wohin hat er sie geschlagen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war irgendwie was im Argen oder so, dass wir verletzt waren. So, Tom, jetzt ist doch wohl völlig klar, dass du deinem Vater das nicht sagst. Finde ich völlig klar. Um nicht zu bewirken, dass der völlig ausrastet und die Frau vielleicht... Ja, eben. Du bist zwar noch sehr jung, aber immerhin 19, 20 Jahre alt. Richtig. Das heißt, als Sohn hat man da auch schon eine gewisse Verantwortung, wenn man mitbekommt, dass die Eltern so zerfleischt sind, dass die Ehe so kaputt ist, wie bei denen. Jetzt versuche du doch mal mit jedem Einzelnen zu sprechen, nämlich mit dem Ziel, dass die beiden etwas unternehmen sollen. Mit dem Ziel letztendlich, dass sie sich trennen sollen. Ich will ja auch gar nicht, dass sie sich trennen fühlen, dass es so wird wie vor zwei Jahren. Ja, aber so kaputt, wie es jetzt ist, das wird vielleicht dann nur auf... Gut, das ist natürlich auch noch ein schöner Wunsch, den du sagst. Aber dann müssten die beiden auch was unternehmen. Dann müssten die beispielsweise in eine Eheberatung gehen. Oder die Mutter müsste zu einem Psychologen gehen oder in eine Klinik mal gehen, um ihre Sucht in den Griff zu kriegen. Aber es muss ja irgendetwas geschehen. Ja. Und da würde ich jetzt an dich appellieren, wenn du das kannst, dass du mit deiner Mutter alleine redest und ihr den Vorschlag machst, dass du aber auch mit deinem Vater alleine redest und sagst, pass auf, ich würde ganz gern, dass wir wieder eine schöne Familie sind. Aber dann müsst ihr beide auch was tun. Dann zeigt es auch. Und wenn ihr das nicht mehr wollt, wenn ihr keine Familie mehr sein könnt, weil die Gefühle so kaputt sind, dann lasst uns eine klare, faire Trennung vollziehen, damit diese Hölle ein Ende hat. Ich würde das gar nicht thematisieren mit dem Freund. Vielleicht unter vier Augen, wenn du mit deiner Mutter redest, aber in keinster Weise ihr androhen, dass du das weitersagst. Nee, androhen würde ich ihr das sagen. Auf keinen Fall. Das Ziel muss sein, dass da Frieden herrscht. Egal jetzt in welcher Form, dass die wieder zueinander finden oder dass sie sich trennen und dass deine Mutter auch wirklich professionelle Hilfe bekommt. Denn die Frau scheint ja ziemlich am Ende zu sein. Ja, das stimmt. So, das ist deine Aufgabe, finde ich. Das musst du machen. Das musst du machen. Und dann muss ich, glaube ich, machen Verantwortung. Ja, das finde ich schon. Du musst einzeln mit denen reden. Und wenn du es nicht schaffst, kann ja sein, dass die dich nicht ernst nehmen, dass die Situation so verfahren ist. Dann kannst du aber für dich später auch mal sagen, ich habe es zumindest versucht. Ich habe es nicht einfach so laufen lassen. Vielleicht machst du dir hinterher sogar große Vorhaltungen, wenn du mal 30, 40 bist. Ich habe gesehen, wie er mit meinem Vater die Mutter so zusammenschlägt und ich habe nichts unternommen. Weißt du? Ja, da mache ich mir aber auch Gedanken, was aus meiner Mutter wird, wenn sie sich jetzt wirklich trennen soll. Weil sie, ich werde dieses Jahr jetzt 43. Ja. Und ist ja, wie gesagt, Hausfrau. Und wenn sie hinterher, dann kriegt sie ja bestimmt auch schlechten Beruf. Ich glaube, sie hat ja auch keine Ausbildung oder so. Was auch, Tom. Ich sage jetzt mal, ohne die Verhältnisse im Einzelnen zu kennen. Ich glaube, dass es der Frau letztendlich dann besser gehen wird und dass sie glücklicher sein wird, als in dieser Zange zu leben und mit dieser Angst, in der sie da existieren muss. Da wird es schon ein Mittel geben, dass sie, sie wird schon, irgendwie wird sie wieder unten kommen. Wichtig ist, dass die beiden eine Regelung finden, eine klare Regelung. Richtig. So, und wie gesagt, da bitte ich dich jetzt, würde ich an dich appellieren, dass du das versuchst, ein bisschen in die Hand zu nehmen. Hm, mache ich. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss, Tom. Jo, tschüss. In der Zickmühle heißt unser Thema und dazu hat auch angerufen die Marlene und die ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marlene. Ja, hallo, Tomian. Du bist in einer Zickmühle. Ja. Erzähl mal. Tja, was soll ich erzählen? Ich bin über 20 Jahre verheiratet und ich habe das Gefühl, dass ich in der Ehe weitergewachsen bin und mein Partner halt eben stehen geblieben ist. Was heißt das, weitergewachsen und stehen geblieben? Ja, er hat noch das alte Denkvermögen, er kommt von der Arbeit, isst, liegt auf der Couch und schläft, guckt Fernsehen und es läuft außerdem dann nichts. Das heißt, es läuft auch kein Sex mehr zwischen euch? Nein. Seit wann nicht mehr? Ja. Ja? Ja. Ja, wie lange? Ach, ein Jahr. Jahre. Jahre. Ich habe es nicht verstanden. Jahre. Wie viele Jahre? Fünf Jahre, zwei Jahre? Das erste. Fünf Jahre. Und tun wir noch zwei Jahre drauf? Mhm. Gar nichts mehr? Nein. Zärtlichkeiten noch? Ja, Umarmung mal oder... Aber so innig und richtig zärtlich und kuschelig und so auch nicht mehr? Nein. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viele? Zwei. Zwei. Wie alt sind die? Größer schon 22 und 17. Ach so, die sind so gut wie aus dem Haus, ja alle? Ja. Das klingt nach einer sehr großen Unzufriedenheit. Frustration, richtig. Ja. Er hat aber auch keine andere Frau. Nein, nein. Er lebt da so bräsig vor sich hin und seinen uralten Alters trott, wie du es gerade beschrieben hast, das alte Denken. Genau. Und du würdest gerne, du bist ja noch in keinem dollen Alter, nämlich erst 45, du würdest gerne noch wirklich aus deinem Leben was machen. Die Kinder sind jetzt irgendwie groß und man könnte ja noch viel unternehmen. Reden. Stattdessen liegst du da mit ihm auf der Couch und musst Chips essen und Bier trinken oder sowas? Nein, nein, eher, ja, ich nicht. Du nicht, aber so. Ich kann mir die Situation schon vorstellen. Ja, also das kann ich auch nicht sagen. Also er ist nicht jetzt halt wie Bier und Chips und so, aber er arbeitet halt eben anstrengend und meint halt körperlich. Wir hatten jetzt die Situation, dass ich jetzt dachte, so nach drei, vier Wochen wird das dann halt anders. Aber ich habe dann schon aus den Gesprächen herausgehört, dass sich da wohl auch nichts ändert. So bin ich natürlich in der Zwickmühle. Was mache ich? Reden kann ich nicht mit ihm? Warum sollte es anders werden in den letzten vier Wochen? Ja, ich kann das jetzt nicht so sagen, weil ich habe so einige, die deine Sendung aufgetan und... Achso. Na gut, das hat sich zerschlagen und im Prinzip ist es so geblieben, wie es war. Ja, da war ich halt natürlich sehr enttäuscht drüber, ne? Weil ich dachte, da hätte er Gelegenheit auch mal zu reden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so zufrieden ist. Hast du denn, hast du ihm das denn so klar schon mal auf den Tisch gelegt? Pass mal auf, lieber Mann, ich finde das Leben eigentlich super langweilig, was wir führen. Ja. Passt du? Mhm. Und was sagt ihr darauf? Tja. Mitgekommen, mitgekommen. So, in etwa. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so eine Situation. Ich bin kein Typ, der jetzt rausgeht und dann, weil das mit irgendwann einem was anfängt oder so. Ist ja nicht meine Art. Ich liebe ihn auch. Ja. Aber, äh, um das mal abzuklären, Gewalt gibt es nicht in der Ehe? Nein, nein, nein. Da wäre ich sofort weg. Mhm. Also das... Du gehst nicht so einfach raus, um, um dich auszuleben. Er macht das auch nicht. Ich meine, ich gehe raus, aber halt nicht, äh... Was ist denn das, das Thema, ähm, Sexualität? Hast du ihm das auch so klar gesagt, dass du das so sehr vermisst? Ja. Und was antwortest du dir darauf? Gar nichts. Wie, gar nichts? Gar nichts? Mhm. Aber das muss er doch auch vermissen. Wie alt ist er wahrscheinlich auch in deinem Alter irgendwie, oder? Ja, zwei Jahre älter. Zwei Jahre, 47 dann. Naja, gut. Aber da hat man ja auch seine... seine Lust noch und seine Bedürfnisse. Naja, was ich habe. So, jetzt stehst du in der Zwickmühle. Was, was, was soll ich jetzt machen? Mhm, genau. Äh, Zwickmühle heißt ja auch immer so, so zwei, zwei Alternativen zu haben. Entweder so weiter zu machen, oder was wäre deine andere Alternative? Zu gehen? Eben, das möchte ich ja eigentlich nicht. Ich hätte ja gerne, dass er die Kurve halt kriegt, aber ich kriege ihn nicht zur Eheberatung, ich kriege ihn nicht zum Gespräch. Er sieht ja gar nicht das Problem. Mhm. Er meint, ich bin unzufrieden. Ich sollte doch froh sein, dass ich das so habe. Und, na gut, ich bin zu Hause, ich bin halt, ich kann nicht so viel zu reden. Gesundheitlich nicht so, dass ich noch halt groß arbeiten kann. Aber ich gehe halt raus, ich mache, ich habe auch meinen Freundeskreis, meine Freundin, wo ich mit reden kann. Aber es ist irgendwie alles unzufrieden. Es liegt so ein Nebel auf eurem Leben, auf deinem Leben. So vom Gefühl her. Ja. Ja. Du hast das schon angesprochen mit der Eheberatung. Wählerlich. Nee, nee. Nee, nee. Was soll ich da, ne? Genau. Vor allem, das ist ja auch immer, ich kann da, wenn man wenigstens noch reden könnte, er meint ja immer gleich, das ist ein Vorwurf und immer nur gleich, man will ihm was, so normal diskutieren. Das hat er nicht gelernt. Nee, das hat er nicht gelernt und er hat natürlich auch Schiss davor, weil er genau weiß, dass da jemand sitzt, der sich nicht einfach mit dem Schweigen so zufrieden gibt, wie du es bisher getan hast. Nämlich so eine Frage Sexualität, warum nicht? Da gibt es verdammt nochmal eine klare Antwort drauf. Und wenn die Antwort heißt, die Marlene, ich finde die Marlene nicht mehr geil, ne? Da könnte ich mit leben. Ja, da könnte man mit leben. Ja, da könnte man irgendwie, ich meine, ich bin ja auch offen in der Beziehung und da könnte man sich irgendwie arrangieren oder was? Erwischst du ihn manchmal dabei, dass er onaniert? Lebenlich. Aber das wird er tun bestimmt, oder? Katholisch. Nee. Meinst du nicht? Wenn er ganz alleine ist? Nein, 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 nein. Das hat er nicht. Hat er, glaube ich, noch nie gemacht, ehrlich schwer. So, Marlene, jetzt muss was geschehen. Ich kann das verstehen. Ich verstehe ja auch deine Unzufriedenheit und den Druck, der daraus erwachsen ist. Der Knabe geht nicht zur Eheberatung. Ich meine, das könnte man jetzt noch einmal vorschlagen. Weil ich glaube, dass der auch gar nicht richtig kapiert, wie ernst es dir ist. Und der gar nicht kapiert, wie heikel die Situation schon ist im Moment. Ja, aber andersrum. Er hat doch ein Denkvermögen. Ja gut, wenn ich nicht zufrieden bin, dann er sagt zweimal, ich bin die Einzige. Und er ist halt auch einfach so einer vom alten Schlaf. Da könnte ich echt die Hand für das Feuer legen. Der hat keine andere Feuerwehr. Aber darum geht es auch gar nicht. Das ist ja selbstverständlich erstmal. Aber wir reden ja über ganz andere Sachen. Nicht, dass er treu ist. Das ist ja auch schön und gut. Wollen wir auch hoch angerechnen. Aber wir reden ja über die Unzufriedenheiten, die du geäußert hast. Hast du ihm das auch schon mal so klar gesagt, dass eventuell die Ehe auf dem Spiel steht, wenn nicht endlich mal richtig was passiert, wenn dann nicht mal einen Ruck durch die Ehe geht? Ja, sicher. Das nimmt er auch nicht richtig ernst. Und du meinst, es ist sinnlos, ihn noch mal zu veranlassen, gemeinsam zu einer Beratung zu gehen? Ja, der Reager geht ja da gar nicht drauf. Dann sagt er, wer wird die alte Leier? So Marlene, folgender Vorschlag. Dann wirst du in der nächsten Zeit alleine zu einer Eheberatung gehen. Das kann man auch. Und das erzähl ihm auch mal. Du sagst, du kannst ihm das nochmal anbieten. Dann sagst du, du kannst gerne mitkommen. Ich möchte das ja gerne. Ich möchte unsere Ehe retten. Ich fühle mich aber so unglücklich und so unwohl und drehe mich so im Kreis. Ich muss jetzt von außen Hilfe kriegen. Ich gehe, wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine. Mal sehen, wie er reagiert. Wenn er dann auch immer noch stur ist und zumacht, gehst du alleine dahin. Ich würde dir gerne noch was erzählen, aber das kann ich halt nicht, weil ich ganz genau weiß, hier in einem, da rechnen wir jetzt in Anführungszeichen, näheren Umgebungen sind regelmäßige Zuhörer. Und ich habe schon was unternommen. Hör auf, das kannst du vielleicht meinem Psychologen gleich erzählen. Und kannst mit dem das beraten. Ja, das wäre ganz gut. Also meine Richtung ist, aber ich glaube, da haben wir uns auch verstanden schon, dass du wertaktiv. Mach was. Bring was in die Gänge. Und wenn es am bitteren Ende so aussieht, dass du gehst aus der Ehe. Ja, aber das ist ja nicht mein Ziel. Nein, ich weiß. Ich weiß. Ich rechne es dir auch hoch an, dass du mit allen Mitteln versuchen möchtest, die Ehe zu retten. Genau. Weil ich sage mal, gut, Sex ist nicht alles, aber das ist ja nicht nur der Sex. Es sind ja auch, wie gesagt, ich habe Karten liegen vor Weihnachten ins Kino und es ist noch nicht mal zu mehr Schwimmen oder sonst irgendwas. Ja. Also meine Richtung ist klar, du musst das unternehmen. Und ich finde es ehrenwert, dass du die Ehe retten möchtest. Das finde ich gut. Aber du musst irgendwann dann auch eine Konsequenz ziehen, wenn du merkst, das geht nicht. Der bewegt sich keinen Millimeter. Ich finde, er muss auch etwas tun und er muss auch etwas zeigen, dass ihm auch daran gelegen ist. Ja, er arbeitet und verdient unseren Lebensunterhalt. Ja, gut. Das ist aber nicht das Ding, wie er die Liebe und die Ehe retten kann. Nur indem er arbeitet. Das tun andere Leute auch. Ja, das ist aber halt eben das alte Denkvermögen. Er hat das so beigebracht bekommen. Ja, aber er ist auch noch keine, er ist nicht uralt. Ja, ich bin gewachsen und er ist in der Beziehung stehen. Ja, und deswegen sage ich, versucht es. Aber wenn irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo du das Gefühl auch hast, der bewegt sich wirklich nicht und er ist wirklich wie Gusseisen, dann musst du die Konsequenz ziehen und dein eigenes Leben leben. Und das kannst du wunderbar noch mit 45 nochmal ganz neu anfangen. Ja, sicher. Ja, ist mir schon klar, dass jetzt viele Abers kommen, aber da hat sich ja schon so viel angestaut bei dir. Das hört man ja auch aus, wie du erzählst. Tja, sicher. Dann sage ich mir aber wieder, ist es vielleicht auch eine Spinnerei von mir, dass ich halt unzufinden habe größere Probleme oder gehen gegen Kleinigkeiten auseinander. Nein, nein, nein. Das, was du gerade geschildert hast, finde ich keine Spinnerei. Das finde ich eine ganz normale Sache, dass man da den Unmut äußert und dass man da auch dann irgendwie einen gewissen Druck auf den Mann ausübt und sagt, pass mal auf, ich kann so nicht leben. Das ist doch normal in einer guten Beziehung, in einer guten Ehe, dass beide sagen können, ich fühle mich unglücklich so. Marlene, du legst auf. Mach ich. Der Johannes ruft dich an. Ja, gut. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Mach weiter so. Danke, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Gunter Papelritz und Michael Verhöfen. Morgen sind wir ausschließlich im Radio, bei uns live, nicht im WDR Fernsehen, dafür aber übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das heißt, Donnerstagabend schon sehr früh, also relativ früh für unsere Verhältnisse, um Viertel vor zwölf im WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt am Donnerstag schon um Viertel vor elf bei uns anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über was? So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage auf Wiederhören, auf Wiedersehen, bis morgen oder übermorgen. Tschüss. Wir sont süß. Wir sind ja nie auch immer. Und wir sind ja nie gu一樣. Also, also, wir schauen uns immer auf dem Hal. Viertelstuhl. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020